Hallo ihr Lieben, wir haben uns überlegt, was können wir zu der Themenreihe Beziehungen nach dem Herzen Gottes euch einfach mitgeben als Kurzimpuls, wirklich nur 5 bis 10 Minuten. Und wir haben uns gedacht, hey, wir knüpfen einfach an dem Thema, was Stefan am Sonntag gepredigt hat, nämlich Freundschaften nach dem Herzen Gottes an und führen das ein bisschen tiefer, weil wir glauben, dass da ein krasses Potenzial drin ist, einfach für uns als Christen, für uns als Gemeinde, damit wir noch gesündere Beziehungen leben können. Genau, also wer am Sonntag da war, der weiß, es ging um Freundschaften. Ihr könnt auch gerne nochmal die Predigt nachhören bei Spotify oder bei Podcast oder bei Podcast. Genau, also eine sehr, sehr gute Predigt, finde ich sehr, sehr, ja, hörenswert. Und Stefan hat unter anderem auch gesagt, dass es wichtig ist, dass wir unsere Freundschaften, unsere Beziehungen definieren. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir bewusst einer anderen Person kommunizieren, wie wir diese Beziehung wahrnehmen oder was wir unter dieser Beziehung mit der Person verstehen. Wenn wir das bewusst kommunizieren, dann vermeiden wir, dass in Beziehungen Verletzungen entstehen oder erst mal Erwartungen enttäuscht werden, die ja eigentlich jeder an der Beziehung hat, bewusst oder unbewusst. Und wenn Erwartungen enttäuscht werden, dann entsteht Verletzung. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Beziehungen bewusst definieren und uns bewusst dafür Zeit nehmen und es auch kommunizieren. Und dafür gibt es ein ziemlich cooles Modell, das heißt, es ist eigentlich englisch, aber auf Deutsch so viel wie Kreise der Intimität. Dabei geht es darum, dass nicht jeder Mensch in deinem Leben dasselbe Maß an Nähe und Intimität und Vertrautheit zu dir haben sollte. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass es gibt Menschen, die dir näher stehen als andere. Und das ist wichtig, dass wir sich selber zu definieren wegen Prioritäten setzen, weil in Beziehungen Prioritäten zu setzen ist enorm wichtig, weil nicht jede Beziehung in unserem Leben verdient das gleiche Maß an Investment. Das klingt vielleicht erst mal hart, aber ich denke, wenn da jeder mal näher drüber nachdenkt, dann weiß er, dass das stimmt, weil in jede Beziehung müssen wir uns irgendwie investieren mit Zeit, Geld, mit unserer Energie, wie auch immer, damit die Beziehung wächst und besser wird. Aber nicht jede Beziehung, jemanden, der mir komplett fremd ist, da tue ich nicht genauso viel Zeit rein investieren, wie zum Beispiel in meinen Ehepartner. Aber wenn wir das in unserem Kopf nicht genau definiert haben, hey, wer steht denn eigentlich auf welcher Intimitätsstufe, sage ich mal, mit mir, dann kann es uns oft sehr schwer fallen, das zu unterscheiden, wo möchte ich mich eigentlich mehr rein investieren und wo ist es jetzt gerade einfach vielleicht in dieser Situation nicht dran, mich hinein zu investieren. Nämlich mit richtig gesetzten Prioritäten folgen automatisch richtig gesetzte Grenzen. Prioritäten setzen Grenzen. Finde ich eigentlich ziemlich logisch und auch richtig gut. Mir fällt das natürlich auch oft nicht so leicht, das zu machen, aber mir hat es total geholfen, das mit diesem Modell, weil ich euch jetzt gleich kurz vorstelle, damit das zu definieren und damit einfach auch eine Klarheit zu kriegen. Wir werden auch gleich nochmal die Kaffee jetzt ins Video einblenden und ich will die mal ganz kurz mit euch durchgehen. Ihr seht jetzt hier so eine Art Kreisdiagramm mit so verschiedenen Ringen sozusagen und außen sind die Personen, die euch von eurer Vertrautheit am weitesten weg sind und je weiter der Ring nach inne geht, umso näher steht euch die Person oder die Personengruppe. Das, was jetzt hier abgebildet ist, ist der Optimalfall, also so wie es vielleicht biblisch und göttlich gesehen am gesündesten ist. In der Mitte steht natürlich ich selbst, also ich sollte mir, die Beziehung zu mir sollte am vertrautesten sein. Das Ding vielleicht erst mal komisch, wenn ihr das jetzt so hört, aber ich glaube, es gibt viele Menschen und auch viele Christen, die keine gute Beziehung zu sich selber haben, die sich vielleicht selber nicht mögen, die sich vielleicht selber sogar ablehnen, was ja so weit gehen kann zu Selbstverletzungen oder was auch immer, aber muss auch gar nicht so extrem sein, sondern manchmal haben wir gar keine richtige Verbindung zu unserem Herzen. Also, dass wir gar nicht wissen, was in unserem Herzen eigentlich abgeht, dass wir gar nicht checken, dass wir in Unvergebenheit leben oder dass wir verbittert sind. Und das sind einfach Sachen, an denen wir arbeiten müssen, wo wir auch viel Zeit rein investieren sollten, eine gute Verbindung zu uns selber zu bekommen und mit uns selber im Reinen zu sein. Die zweite oder eigentlich die erste wichtigste Beziehung nach außen hin ist eigentlich die Beziehung zu Gott. Für uns als Christen sollte das eigentlich selbstverständlich sein, dass Jesus die Nummer eins in unserem Leben ist und damit auch die Beziehung, in die wir am meisten hinein investieren. Das sieht bei jedem natürlich auch anders aus, aber das sollte einfach in unserem Fokus sein oder in unserem Kopf sein, dass wir da in die meiste Zeit rein investieren. Und dann, der Ring, der danach kommt, ist sozusagen die intimste menschliche Person in deinem Leben oder kann auch sein, dass es eine Personengruppe, vielleicht ist es dein Ehepartner, das wäre, wenn du einen Ehepartner hast, der Optimalfall, dass es deine intimste menschliche Beziehung ist oder vielleicht, wenn du nicht verheiratet bist, sind es deine Eltern oder ein bester Freund, deine Freundin, wie auch immer. Also da ist die intimste Beziehung und danach kommen Freunde, Freundschaften. Auch da, das hat Stefan am Sonntag gesagt, ist es wichtig, seine Freunde gut zu wählen, nicht jeden seinen Freund zu nennen, denn mit jeder Beziehung kommt auch Verantwortung. Und je intimer die Beziehung ist, umso höher ist das Maß an Verantwortung, weil Verantwortung heißt ja, okay, ich habe eine Verantwortung, mich in die Beziehung hinein zu investieren, damit sie auch auf diesem Intimitätslevel bleibt und nicht irgendwie distanziert wird. Also wenn ich jetzt sage, du bist mein Freund, aber ich nie bereit bin, mich mit dir zu treffen oder Zeit mit dir zu verbringen, dann vernachlässige ich meine Verantwortung, nämlich dieser definierten Freundschaft nachzukommen. Deswegen wähle deine Freunde sorgfältig. Danach, nach Freunden kommen Bekanntschaften, das sind vielleicht Menschen, die du vielleicht schon länger kennst, deine Nachbarn oder Menschen, mit denen du schon seit 20 Jahren in die Gemeinde gehst, aber zu sehen, du nie eine wirklich tiefe Beziehung aufgebaut hast. Das ist nichts Schlimmes, das ist gut. Das gibt es halt einfach in unserem Leben, also sozusagen einen Bekanntschaftskreis. Und danach kommen Fremde, also Menschen, die ich so gut wie gar nicht kenne oder gar nicht kenne. Das sind dann die Menschen, die eigentlich die geringste Priorität an Beziehungen zu uns haben. Ich denke, ihr habt es jetzt so hoffentlich so ungefähr verstanden, dass es darum geht zu definieren, darauf will ich jetzt eigentlich auch hinaus, dass ihr einfach euch die Zeit nehmt, zu Hause für euch selber, mit Gott zusammen natürlich, zu definieren, wer ist bei mir in welchem Kreis, wer ist in welchem von diesen Ringen, welche Personen ganz konkret. Und ich glaube, da liegt ein krasser Schatz drin, wenn wir das machen, weil uns das hilft, auch ganz praktisch zu sehen, wo soll ich meine Energie, meine Zeit rein investieren, wo soll ich mich selber hinein investieren, aber wo ist es vielleicht gerade nicht dran. Und wir haben euch dann hier unten drunter mal noch eine Powerpoint, eine PDF angehängt, wo wir das nochmal knapp zusammengefasst haben, auch nochmal die Kreise, und wo ihr einfach dann unten drunter so praktische Anwendungen machen könnt. Da haben wir so vier Fragen aufgeschrieben, die ihr durchgehen könnt, um das für euch zu definieren. Und ihr könnt es dann danach gerne auch noch mit einem Freund mal vergleichen, euch drüber unterhalten, mit eurem Ehepartner, mit eurer Familie, könnt telefonieren, wenn es gar nicht anders geht, euch treffen. Da sind wir ja gerade ein bisschen vorsichtig, mit persönlichen Kontakten außerhalb der Familie. Aber, genau, nehmt euch einfach die Zeit dafür, weil ich glaube, das ist was ganz, ganz Wertvolles. Da bin ich jetzt zwar nicht drauf eingegangen, das ist auf der PDF drauf, selbst Jesus hat dieses Prinzip gelebt. Also es ist nicht irgendwas aus der Luft gegriffen, irgendwas, was in der heutigen Zeit entstanden ist, sondern das ist ein Prinzip, was Jesus in der Bibel angewendet hat, dass er auch diese Ringe der Intimität hatte. Wir haben euch das auch nochmal als Beispiel mit, wie gesagt, auf die PDF gemacht, auch mit Bibelstellen, dass ihr seht, hey, das ist halt wirklich Hand und Fuß. Genau, jetzt machen wir noch gleich ein zweites Video, wo Michael euch kurz erzählt, wie er das praktisch in seinem Leben lebt, diese Kreise der Intimität. Viel Freude beim Anwenden. Wir sehen uns.